Wir sind hier auf der AMB, wir haben hier unseren Messestand, präsentieren uns hier insbesondere bezüglich unserer Geschäftslehrer Elektrochemische Notalbearbeitung und Gläserbearbeitung. Das sind die Geschäftslehrer, die unserem Unternehmen am stärksten wachsen und wir befinden uns hier in einem Markt, der für uns ein enormes Interesse hat und wir wollen natürlich mit diesen Projekten, mit diesen Produkten in diesen Markt auch hineinwachsen, insbesondere was die Elektrochemische Metallbearbeitung ist. Da ist das für uns eine Hauptmesse, es ist ein tolles Produkt diese Messe, wir kennen die Messe von anderen Messen, mit denen wir sehr erfolgreich sind und insofern erwarten wir uns natürlich hier sehr gute Geschäftsanbahnungen und sind sehr erwartungsvoll und hoffen, dass das alles so klappt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020